Ähm, ich bin Journalist. Deine Mutter ist Journalist! Hallo Superdickmann, Springer-Taliban Du schiebst mit deinem Schmierblatt die größten Themen an Ich find das so toll. Taktgefühl und Anstand sind nicht gerade deins Ostauflage mit toten Kindern, schön auf Seite 1 Ihr hiltest alle Griechen, zur Hilfe sagt ihr nein Für Hetzkampagnen darf man auch ein Wohle Warschloch sein Sehr schön, ja Mit Popopopulismus knallt ihr euren Seiten voll Angst ohne Ende Die Bild, die titelt Die Bild, die titelt gern plump und hol Die Bild, die titelt gern plump und hol Die Bild, die titelt gern plump und hol Der Bild schmiert Nippelmark Helmut Kohl Mensch Kai, was kann denn jetzt noch kommen? Pferdepimmel mit Leibcreme. Alles klar.